Musik Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es sind ein paar neue Bilder zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution erschienen und joa, was sehen wir denn für Bilder? Sind ein paar alte auf jeden Fall dabei, sind aber auch ein paar neue dabei und ich lasse die einfach mal so im Hintergrund durchlaufen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich immer zum passenden Bild rede, weil, na, warum eben. Joa, was sind denn für Bilder, was ist denn neu? Zum Beispiel ist, glaube ich, ein Bild neu, wo sie eben im Wald sitzen und ein Picknick machen und eben diese Reisbällchen essen und Kushina und Orbitur sich im Hintergrund streiten und ich könnte mir einfach vorstellen, dass, ähm, Orbitur irgendwie was gegen diese Reisbällchen gesagt hat und dass die irgendwie zu salzig sind oder einfach nicht schmecken oder irgendwas und Kushina daraufhin einfach wieder ausrastet und sagt, hier, was schmeckt die daran nicht und fress die Dinger einfach und, oder geh sterben oder irgendwie sowas, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und dann gibt es ja natürlich noch so Bilder, wo sie im Wohnzimmer sitzen, also Minato und Kushina und Kushina irgendwie, äh, an einem Kleidungsstück irgendwie näht, da könnte ich mir vorstellen, dass das was von Orbitur ist, weil das ist ziemlich blau, hellblau und Orbitur hat ja so eine Jacke, von daher könnte ich mir das schon so vorstellen. Könnte aber auch sein, das Hemd von, äh, Minato, also unter seiner grünen Weste trägt er auch so eine blaue Jacke und könnte natürlich auch das sein. Ähm, Kushina wieder am Ausrasten, dann eben sieht man noch so ein Foto, also ich könnte mir echt vorstellen, dass Minato eben sein Team in dem Moment bekommen hat, Kushina war dabei eben und hat eben die Charaktere zum ersten Mal gesehen, fand Rin total süß und so, kuschelt gleich sich an sie ran und so. Ähm, Rin findet natürlich Kakashi eben noch geil, Orbitur findet Rin geil und dann gehen die auf die erste Mission auf jeden Fall, Kushina läuft dann irgendwie hinterher, bringt Essen mit oder so, keine Ahnung, so könnte ich mir das vorstellen und dass dann eben Kushina mitkommt und eben auf der Mission dabei ist und vielleicht passiert dann irgendwas, was genau was passiert, keine Ahnung, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, wie gesagt, äh, wie gefallen euch die Bilder? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, ich kann mir wie gesagt wirklich nichts drunter vorstellen, denn die Bilder sprechen immer in anderen Szenen und ich hab keine Ahnung, mal sind sie in der Höhle, mal im Wohnzimmer, mal im Wald, ähm, ist echt creepy ein bisschen. Daher, wie gesagt, schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare, was glaubt ihr, was geht es um der Story, schreibt mir das in die Kommentare und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit den restlichen Bildern, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.